und also das ist das ist immer so und hat ein spiel gespielt dabei ist und gibt die sheets dafür dann kommt ein zweiter Teil ja das ist ja meistens dann wieder andere Kombination zusammen aber ich glaube der hatte nicht vom ersten auf vom zweiten gepasst könnte sein ich weiß nicht wie schon gesagt erster teil nie gespielt aber ich fange jetzt nicht damit an das ding wieder zu spielen ich habe darauf keinen bock auch wenn man mich jetzt dafür drängt könntest du ja mal den inside zeigen nein weil da müsste ich den ganzen hat die sims kann man tatsächlich nicht in einem web tv zeigen das ist zu öde du könntest ja so eine wg machen ja eine wg eröffnen wo dann alle reinkommen hallo 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 ne aber so jede woche eine neue folge oder so na gut das können wir dann später diskutieren lieber ich glaube ja da gab es doch mal auch super im fernsehen der hat doch auch mal sowas gemacht ne im fernsehen im fernsehen das war zu einem gewissen Sender ja zum gewissen Sender genau und nein wir sind der Sender nicht aber ihr könnt gerne bei uns bleiben genau ja also was hältst du eigentlich vom Cheaten also Cheaten ähm ist für mich eigentlich pures No-Go gut wenn es offline ist wenn es in spielen ist die die man sowieso eigentlich mal gerne spielen möchte und dann auch mal wirklich richtig spielen möchte dann sollte man vielleicht tun ich finde es auch eher negativ besonders online im offline finde ich es noch gerade mal verkraftbar sagen wir es so beziehungsweise gab es ja auch mal eine Debatte also eine von der Spielerschaft her gesehene Debatte von Call of Duty Modern Warfare da soll es ja anscheinend so viele Cheater geben ich weiß es ja nicht ähm das das wird bestimmt so sein aber die aber die nutzt natürlich gerne einige Lücken aus genau da gibt es ja auch anscheinend einige Programme die das dann vereinfachen da gab es ja und jetzt soll es ja habe ich mal irgendwo gelesen ähm nach weiß ich nicht eineinhalb Jahren nach dem Release jetzt endlich so einen Cheaterschutz geben auf den Servern habe ich irgendwo mal gelesen uh das wird vielleicht was Gutes sein aber eineinhalb Jahre danach ist schon ein bisschen hm wenn man so überlegt ne war als Beispiel jetzt EA mit ihrem Titel FIFA 11 ja das Spiel ist erschienen eine Woche später kam eine Mitteilung es wurde gecheatet die Rangliste muss neu gestartet werden ok weiß ich jetzt nix aber weil sich jemand in die Lücke von der Rangliste reingehackt hat und sich dadurch dann natürlich ein paar schöne Punkte drauf kassiert hat ja es ist nicht so toll aber bei EA gibt es ja auch jährlich neue Spiele besonders vom Fußball die sich ja auch kaum unterscheiden wenn wir schon vorher beim Thema Sims waren ist auch bei FIFA meines Erachtens so wenn du eins gespielt hast hast du irgendwie alle gespielt ja gut ok das kann stimmen ja aber jedes Jahr jedes Jahr sich ein neues Spiel neues Spiel kaufen und da auch kaum Veränderung meistens oder halt nur die Spielernamen aktualisiert das ist ein Kaufgrund anscheinend für manche Leute ja gerade das ist es deshalb kaufen sich das die Leute wenn da nicht steht Hans sondern der heißt jetzt Franz der hat sich umtaufen lassen oder so das ist der Unterschied der das Spiel kaufenswert macht ja ja genau den kann man diskutieren ja ihr könnt uns ja gerne mal sagen was ihr denn warum ihr euch FIFA kauft beziehungsweise euch auch warum ihr die nächsten Teile immer kauft oder ob ihr es überhaupt kauft ja oder das würde mich gerne mal von euch hinziehen weil es gibt ja einige FIFA-Fans bei euch da draußen das weiß ich ihr seid FIFA-süchtig schon langsam also schreibt uns das mal gerne wir würden uns mal gerne interessieren ja dann sind wir jetzt eigentlich auch schon mit uns einem Hauptthema fast durch oder wie viel Zeit haben wir denn noch wir haben noch ein bisschen Zeit haben wir immer noch ein bisschen wir können immer doch in diesem Zeitdorfigo dran denken also ist sie nicht das ne ja dann kannst mal du noch was erzählen 2 gute Frage was kann man jetzt noch so über Multiplayer sagen Was meinst du denn wo sollte man denn hundertprozentig mal einen Mehrspielermodus einbauen? Gute Frage Ich würde Mehrspielermodi in fast jenem Spiel ehrlich gesagt würde ich mir einen Koopmodus parallel zu der Hauptgeschichte wünschen oder so zumindest als Nebenfunktion am besten wäre es doch wenn man jederzeit einsteigen könnte das richtigen Spiel als Freund das war schon cool so wie es Fable macht Ja gut okay Da kann ich mir bestimmt vorstellen das iPhone bei den Multiplayer-Unterstützung Ja okay das iPhone Na gut die billige Variante HTC oder Samsung Okay Wir wollen ja auch für unsere Leute die kein iPhone besitzen und iPhones nicht mögen oder die Marke Apple auch die normale Variante geben Ja Und ähm Ja Es ist ja auch noch nicht so üblich zumindest nicht auf Nintendo-Konsolen dass man jetzt wirklich mit jedem dem man will übers Internet spielen kann denn bei der Nintendo wie gibt's ja da so etwas das müsstest du eh genauer wissen Ja Ja dieser wunderschöne Online-Spiel-Modus Wie heißt denn der jetzt genau weiß ich gar nicht mehr Ich glaub Friend-Codes oder irgendwie so Ja das sind ja die Codes Eingeben Aber da gibt's ja noch so diese ganz besondere Bezeichnung für das Online-Spielen weiß ich gar nicht mehr wie das Ding heißt Ähm Es ist eine tolle Sache bloß du musst dich das untereinander austauschen das ist das Nervigste daran Ja Genau das hab ich gemeint Das sind halt noch ein paar Sagen wir mal Konsolenhersteller noch etwas rückfällig Mhm Aber das soll sich ja vielleicht bald mit der Wii 2 vielleicht mal ändern Wer weiß das Mit dem 3DS hat sich's ja leider noch nicht geändert Ja 3DS Wer kauft sich den Ähm Ja ich weiß Okay Anderes Team Ja Gut Ähm Eure Sachen zum Thema Multiplayer könnt ihr uns gerne schreiben Einfach mal in die Comments unten rein tippern Und dann haben wir das Und wir wollen jetzt mal ganz kurz zu der Release-Liste kommen für nächste Woche Huh Ja Da gibt was ganz Interessantes Nämlich Ähm Eastlands Offer Wackfu Was? Ja Eastlands Auf Wackfu Eastlands Auf Wackfu Ah ja Ach Ist ein Arcade-Titel Ist auf der Insel Und ihr das ändern müsst Was Schlimmes passiert Und wir müssen es ändern Ja Also ihr müsst die Geschichte jetzt dann wieder neu Also ein bisschen anders dann weiterschreiben So dass es besser wird Action Action Adventure-mäßig Ja so ungefähr Wir haben einen Trailer auf jeden Fall in dem Artikel dabei gepackt Also Könnt ihr das ganze Ding auf jeden Fall mal anschauen Das ist ein bisschen Genau Und wahrscheinlich wird es sowieso eine Demo geben wie bei den meisten Markplatz-Spielen Also können sie auch runterladen Genau Falls ihr denn eine 360 besitzt Ja Du besitzt ja eine David Ja genau Vielleicht schau ich es mir mal an Ja Wenn du es noch hinkriegst hast und darfst ja mal ein Gameplay machen Ja Ist halt ein bisschen blöd Ich habe ja keinen Videocrabber oder so Zeugs Ach ja Stimmt ja Müsste ich ja mit meiner Handykamera abfilmen Oh Ne 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 Dann gibt es noch was für unsere Simulatoren Freunde wieder was Neues Hafen 2011 Wow Das ist wirklich spannend Dann Ja Ein Hafensimulator Was man da machen muss Ich weiß es nicht Ich habe es mir auch nicht angeschaut Nach Hits wie Müllabfuhr-Simulator und Gabelstapel-Simulator kommt jetzt auch der Hafensimulator Genau Bald haben wir dann 2012 und dann kommt wieder der Omnibus-Simulator und so weiter Genau Was haben wir denn noch Schönes Wir haben Gothic 4 für die Playstation 3 Jetzt erst Stand so drin offiziell 360 ist glaube ich schon erschienen aber Playstation 3 jetzt erscheint Schon sehr lange Aber Gothic 4 ist ja auch nicht so das Top-Spiel möchte ich mal sagen Ja gut okay das stimmt Es ist ein bisschen anders Und ein bisschen Buggy Ja Was haben wir denn noch Schönes Die Webbles in 3D Die Die Rabbits Oh Ja Rabbits weiß ich ungefähr so viel also null Oh Ich weiß nur dass Rayman also früher mal wirklich ein Rayman also ein Jump'n'Run Spiel war und dann halt irgendwie zum Partygame überging Genau Und diese kleinen süßen Hasen versuchen da mal wieder ein bisschen die 3D-Welt nur ein bisschen mal unter die Schippe zu nehmen Ich schätze mal auf den 3DS Natürlich Ich wurde dann woraufhin satzt Sonst wird es ja kein 3D sein Und da gibt es als also wir als Presse haben wir fort schon mal also als das Spiel schon angekündigt war für den 3DS haben wir Pressematerial von Rebels 3D bekommen und da gibt es ein Video davon das ist wirklich geiles Video gemacht worden Leider dürfen wir das ganze Ding nicht veröffentlichen weil es nur Presseleute besitzen dürfen und gar nicht an die Öffentlichkeit leider und Top Secret Top Secret genau und es ist wirklich ein geiler Titel und man sollte sich das wirklich mal anschauen Was aber noch schönes dabei Destiny's Wario 7 Äh Bitte nochmal Destiny's Wario 7 Oh Ja ich glaube da habe ich schon mal davon gehört das ist so eine Hack and Slay Japano Dings Serie Ja genau Genau Bisschen komisch Bisschen freaky Ist normal Für die Japaner schon Genau Zumindest von den Spielen Mhm Und Und von den Fernsehshows Ja Genau Für alle Xbox 360 Freunde gibt es was Neues nämlich die PopCap Also PopCap Hits 1 und 2 Ja Also PopCap Singen glaube ich Das war das Singenspiel Könnte sein Ich glaube Ich glaube Das Name sagt mir jetzt also ich habe ihn irgendwo schon mal gehört aber sagt mir jetzt nichts Konkreteres Ich glaube das war das La 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 Spiel Was aber noch schönes dabei Playstation Move Heroes Ja das geht uns leider gar keinen von uns etwas an da keiner von uns glaube ich zumindest eine PS3 besitzt Erstens das Zweitens auch kein Move Genau Und ja Erscheint es auch der Move Bewegung Genau Man soll sich ein bisschen bewegen Da gab es glaube ich noch was der Coach Coach irgendwas noch mit Coaching war das wieder Coaching Games gibt es ja mittlerweile schon wie es dann mehr für Kinect Genau Kinect PS3 PS3 kommen sie ja so langsam ne Durch Move Und was ganz gut ist was man auf jeden Fall erwähnen muss muss 100%ig Tiger Woods Piga Tour 12 Ja Golfen Ja natürlich Wir wollen den Schläger so weit schlagen dass der Schläger nicht fliegt aber der Ball Genau Fliegt aber Fliegt der Schläger habt ihr was falsch gemacht Da gibt es ja aber auch jedes Jahr so einen neuen Titel Ja natürlich Und jedes Jahr kaufen die Leute sich das Genau Wie so Genau wie bei FIFA Genau Immer wieder das gleiche Man kann es wirklich nicht ändern Sonst noch ein neuer Titel? Äh Sonst sind natürlich noch ein paar weitere Titel dabei The Third Birthday auf der Portable Aha WWE All Stars Wrestling Ja natürlich Alien Breed Trilogie Was? Alien Breed Die Trilogie Äh ja Sagt mir jetzt gar nichts aber wird schon sein Gut Ähm Kampf der Giganten Dinosaurier 3D Naja Man hat es aber in der Aussprache schon gehört dass ich eigentlich nicht so richtig Lust habe auf das Spiel Ähm Bridge The Construct Game Ja Brückenball